Vielen Dank für eure Unterstützung. Die gesamte Saison, gerade auch heute, was ihr uns für einen Abschied bereitet habt, das war sensationell. Also wirklich auch den Spielern, ich glaube, ich kann im Namen von allen sprechen, hellauf begeistert. Wir haben nochmal alles für euch auch reingeworfen und wir freuen uns auf die neue Saison, auch wenn es in der zweiten Liga so weitergeht. Hoffentlich mit mehr Erfolgserlebnissen als dieses Jahr. Wir werden alles dafür tun und jetzt gehen wir trotzdem erstmal in Urlaub. Euch auch. Schöne Tage und genießt die vielleicht auch mal Fußballfreizeit.